servus meine freunde grüßt euch so für die heutige folge habe ich mir was überlegt und zwar die haben ja diesen neuen kollegen hier ne für die heutige folge habe ich mir das überlegt und zwar möchte ich gerne den ganzen scheiß nehmen wir einfach mal mit looten bluten ohne ende bluten und zwar wenn ich ordentlich alles gemütet habe was ich kann also mein ziel ist in dieser folge nicht so weit wie möglich voranzuschreiten sondern all möglichen mist den ich finde mitnehmen scheiß egal ob ich überladen bin oder nicht und dann punkt zwei ist dieser händler in diesem wagen ich habe vergessen wie der heißt irgendwas mit m glaube ich und dann verkaufe ich den ganzen rotz einfach scheiß egal alles verticken bis auf 234 das habe ich mir jetzt überlegt mache ich jetzt einfach mal das ist die heutige mission bloß er hat die knarre nachgeladen wenn er keine nahkampfwaffe muss ich doch sagen der nächste bitte der nächste bitte immer so schön kleine pullen das macht am meisten spaß hallo da kommen die zwei kriegen und dann suchen wir diesen miguel michael was auch immer wieder heißt keine ahnung ach guck mal hier wissenspunkte kommen rein theoretisch könnten wir die ausgeben aber wir wollten ja sparen für den rucksack brauchen jahrhundert was auch immer 100 100 100 100 erfahrung sagt man das wissen wissen meine güte also ich hoffe die bleiben da fest am hängen ich bin voll in der brenzigen lage und die klatschen auch mal weg hier haben wir wenigstens ein bisschen wie gesagt looten ist in dieser folge angesagt vielleicht auch in der nächsten je nachdem wo wir diesen miguel typen finden looten und wissenspunkte wissenspunkte sowieso immer sehr wichtig hat der was fangen gelassen hat sie mich nicht ähm wissenspunkte wir brauchen unmengen an wissenspunkten so jetzt habe ich Zeit ab die rolle sollte ich auch öfter machen ja was soll ich da mit so einer truhe sag ich mal mit so einer kiste bringt mir nichts weil ich keine batterien haben wir werden jetzt jedes haus durchsuchen aber so wie ich sehe finden wir schon wieder keine batterien ach keine sprit oh meine lieblingspistole müsste ich mir nur noch einen schalldämpfer dafür machen ja das ding können wir wieder kurz schließen die fähigkeit ist auch echt gut finde ich wo ging es denn jetzt hier raus da sorry nicht gesehen da war ich ein bisschen abgelenkt so haben wir das gebiet hier hier hinten war nichts mehr ne hier sind wir durch ja und jetzt haben wir natürlich wieder immer noch keinen sprit ich weiß nicht was das aktuell mit dem sprit ist ich rass nicht warum wir keinen sprit mehr finden wir finden ja nix mehr an sprit das ist sowas von traurig eigentlich ich finde etwas treibstoff und verschwinde ja habe ich vor mein freund und lieber herr gesangsverein so 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 auch noch so auch noch dann haben wir hier ein brett nehme ich gerne zwei fragezeichen ist da wieder eine kiste ok nachladen kann ich nicht also das ist doch mal ein zeichen so ja der eine ist beschäftigt das ist gut klatsch hä den habe ich gar nicht auf dem schirm gehabt noch einer ja ich glaube so klappt das ganz gut ne hallo ich glaube so kriegen wir es hin wo bist du denn weg wer hier 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 wo ist denn da ist auch noch was hier 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 er hier 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 Ach, gut. Gut, die haben wir. Dann, wie nennen wir eigentlich unseren neuen Kameraden hier? Wie heißt der? Gibt es hier Namen? Stehen die irgendwo? Ne, schade. Ich wüsste jetzt nicht wo. Alles mitnehmen. Okay, ab ins nächste Gebiet. Der Skillpunkt, dass wir mehr Sprit finden, der ist, glaube ich, auch nicht unwichtig. Lare, überlebende wie wir bauten ein Lager zum Schutz, die meisten fielen den Infizierten zum Opfer. Gut, da haben wir schon mal einen schönen, dicken, saftigen. Oh mein Gott. Oh, keine Nachkampfwaffe. Giftfolge, verschwinde. Ich leuchte sie weg. Da oben sind auch noch welche. Oh, Sprit. Sehr gut. Moin, moin. Irgendwer hat mich gesehen. Wie viel Schaden macht eigentlich so ein Brett? Schaden 30, 36, 40. Okay, hier haben wir schon mal einen abgesperrten Raum. Der Skillpunkt war bis jetzt sowas von unnötig. Hier siehst du schon wieder. Warte, warum sind hier überall so Dinger? Ich kann die gar nicht einsetzen. Das ist so hohl. Also wenn man in der ersten... Ich bin so hohl, ne? Ich müsste im Startgebiet Elektronik freischalten. Elektronik freischalten und Reste. Und dann könnte man ja eigentlich im Anfangsgebiet schon Batterien herstellen, ne? Ist das richtig? Ist das korrekt? Das brauchen wir noch nicht, weil wir noch 50 Punkte brauchen. Ich sehe nichts. Geht die Gegner? Ja, da ist er. Weg mit dir. Okay, jetzt haben wir aktuell kein Spritproblem. Oh, sehr schön. Na, komm schon. So, den haben wir. Sehr gut. Moin. Weg mit dir, du. Nix. Alles lupen. Alles lupen. Ich wette mir jetzt, nehme ich wieder alles mit und ich finde diesen Autohändler nicht mehr. Hundertprozentig. Quasi haben wir alles gefunden hier. Boah, ich gucke hier nochmal. Boah, scheiß drauf. Kein Risiko eingehen, ne? Lieber alles in Sicherheit bringen und, äh, davon kommen, stehst im Weg. Und, äh, Abgang machen. Vielleicht finden wir jetzt im nächsten Gebiet schon ein. Ah, guck mal, hier ein Dollarzeichen. Sehr gut. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Auch wenn wir quasi nur 5 oder 10 Wissenspunkte zusammenkriegen sollten. Es ist immerhin mehr, als wenn wir wieder abkratzen und gar nichts finden, ne? Boah, schön vor der Straßenbarrikade gehalten. Äh, erst looten, dann verkaufen. So, das kommt da rein. 260. Ja, komm. Hallo. Kein Problem. Für mein Brett. Du, der Du, der Du. Du, der Du. Du, der Du, der Du. zwei stück noch wahrscheinlich da drin knack mal auf ist doch gar kein problem hier den raum haben wir geklärt hier machen wir schön zu der war doch ein fragezeichen, wann haben wir denn da feindes? hello from the other side so, mach mal full mehr passt nicht rein, sehr gut, das höre ich gerne oh nice, ein Akku, sehr gut und da ist wieder ein dicker Mops drin so, Freunde mal Feuer anmachen ganz ehrlich ok, hier gibt es Good Vibrations, irgendwas mitnehmen erstmal aufhören daran rumzurascheln, du Knilch irgendwo ein Controller vibriert, das heißt doch irgendwas ist hier in der Nähe, richtig? jetzt müssen wir uns kurz mal, die stellen, ein Akku her, auf jeden Fall, den werden wir auf jeden Fall brauchen die sind eigentlich auch gut zu gebrauchen mein Lieblingsrevolver wird auf jeden Fall repariert und der Rest wird vertickt eventuell eventuelle eventuelle mein Controller vibriert hier aber die ganze Zeit ich weiß nicht, woher weiß das wieder, hier ist irgendwo was? versteckt? oh mein Gott Oder war das nur, äh, oh hallo, hier sind die Gegner. Jetzt nicht in Ruhe, du Knirsch. Du hast doch gar keine Ahnung vom Leben. Können wir mich jetzt mal in Ruhe lassen? Ah, das Ding vibriert hier. Oh, nice, ein Katana, geil. Nimm alles mit. Oh, geil. 80 Schaden, oh, das werde ich auf jeden Fall behalten. So, komm, Mopsi. Na, komm. Gut, ein einzelner, den kriegen wir. So, euch kriegen wir eigentlich auf. Sehr gut. Das sieht, glaube ich, jetzt gar nicht mal so verkehrt aus, ne? Noch ein Atten. Oh mein Gott. Oh, hab ich mich erschrocken. Gibt es denn hier drei Sachen zu plündern? Schauen wir mal, was wir hier so finden. Ein Jagdmagazin, nice. Klebe damit. Ich hab Bände. Okay, wir haben alles. Jetzt geht's zum Verticken. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir dabei rauskriegen. Na, Kampfwaffen, nehmen wir mal den Hammer. Wie gehen denn alle her? Sag mal. Noch welche hier? Arschloch. So, jetzt sag mal her, was du hier sofort zu verdienen hast. Yo. Wir haben 76. Unser Ziel sind 110, glaube ich, ne? Abgesehen, ich rufe dir. Die kann schon mal weg. Die würde ich gern behalten. Die kann auf jeden Fall weg. Und eine von denen kann weg. Gut, Aufsätze. Scheiße, weg mit denen. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Boah, er hat keine mehr. 104. Er hat nichts mehr zu verticken. Ja, mehr tragen. Mehr tragen heißt mehr sammeln. 104 Wissen. Was kostet denn der Perk, den ich wollte? Der kostet 110. Also, wir haben es fast zusammen quasi. Okay, hier vibriert es total stark. Ich sehe aber nichts. Oder ist das die Vibration wegen dem Verkäufer hier? Wahrscheinlich wegen dem Verkäufer, ne? Gut, ich glaube, hier sind wir dann durch. Machen wir einen Abgang. Ciao mit V. Unser Ziel für diese Folge haben wir fast. Auf ins nächste Gebiet. Einkaufsstraße. Wir gehen mal hier hin. In die Einkaufsstraße. Bam, bam. Fahr so um. Okidoki. Wir gehen erstmal hier oben hin. Kriegen wir den? Sehr gut. Habe ich jetzt alles für Ausdauer zufällig verkauft? Ich hätte nicht gedacht, dass wir soweit kommen, wenn ich ehrlich bin. So, ein Wasser ziehe ich mir noch rein. Nehmen wir alles mit hier. Wo war denn hier ein Kanister? Ah, da drinnen. Ok. Da sind ein paar Kits. Und noch ein Katana. Nice. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme immer erst die Billowaffen. Zwei. Kriegen wir auch hin. Und die kriegen wir eigentlich auch easy hin, ne? Genau. Hier geht's auch irgendwo rein. Komm her, du. So. Hier war auch irgendwas. Nix, badam. Außer pure Enttäuschung. Alles leer hier. Was ist das für ein Viertel? Ich brauche Wissen. Ich bin wissensdurstig, meine Freunde. Was machst du an meinem Auto? Insta-Fotos mit fremden Autos, oder was? Vollgetankt. Nice. Oh, ein Mopsi. Ein Mopsi. Fuck. Da noch ein Mopsi? Ne, das ist so ein... Ciao. So ein Digga-Lehne. Okay. Oh, ihr die Ausweichrolle gesehen? Gibt's denn hier was zu holen? Ich hab doch schon hier... Nö. Okay, jetzt ist es weg. Ah, keine Ahnung. Ah, ist ein Feuerlieb. Okay, hier gibt's wieder Good Vibrations wegen euch wahrscheinlich, ne? Nächste Nahkampfwaffe Kapuzki. Okay, hier liegt jetzt immer noch. Seht ihr irgendwas auf dem Bild? Ich höre was. Nur mal näher. Hier, ja, gefunden. Energy Drink. Nehmen wir einfach alles mit hier. Gibt's hier Dinge an jedem Gebiet? Oh, nein, das ist noch was. Oh mein Gott, da bin ich wieder... ...zu... ...unbeherrscht losgelaufen. Moinsen. Moinsen. Der Nächste? Mein Gott, wie viele sind denn hier von euch? Ich will euch nicht alle knack machen. Ich hab keinen Bock auf euch. Ich hab keinen Bock auf euch. So. Äh, zack, holen wir uns so ein Ding rein hier. Schadet ja nicht. Antiviren erworben. Sehr gut. Lappen. Die erwerben wir jetzt vorne. Munition. Kann man immer geworben. So. Na komm. Hier vibriert's. Habt ihr's gehört? Ich hör's, ich seh aber nix. Da. Alles mitnehmen. Sehr gut. Hier haben wir schon zwei gefunden. Voll gut. Okay. Weg damit. Oder abhauen. Wie auch immer. Schade, schau. Guck Gummik. Kette. Karre springt mal an. Ah, wir können direkt hier hin. Nein, wir suchen. Und befinden. So Leute. Hier gibt's nen Cut. Ich freu mich auf die nächste Folge. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö